Herzlich Willkommen in Los Angeles. Wir kommen jetzt zu einer absoluten Weltpremiere. Wir zeigen noch bei der Autoshow kein Auto, trotzdem eine neue. Und zwar hier. Volvo zeigt uns nämlich hier den neuen Innenraum der Zukunft. Viel davon werden wir schon im nächsten S90 sehen. Das heißt, in dem, was nächstes Jahr auf den Markt kommen wird. Aber einiges davon, äh, sagen wir es nicht. Aber was meinst du hier von, dass wir dann auf den Markt kommen? Wir sehen jetzt zum Beispiel. Da kann ich eigentlich auch rübergehen. Da stehst du auf der Seite nicht. Okay. Ach so, ja. Ich muss aber noch mal diskutieren. Ich stelle den Kopf. Ohなので dafür gehtos jetzt. Ich gebe gef serio, als bist du ein bisschen ein Gemma. Ich wieder tolügge den Kopf hin und ich rufe die Bombe aus. Ab Eating mich hier an. Du kannst mich auf deinem Form. Die questions att du dich steckst. Wenn du soll dichtst, geht mir weg. Ich sch val barriers. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.